So Freunde Willkommen zum ersten Tag des Bonus Booster Turniers. Alle Bonifinger in Angriff zum Multiplikator hinzu. Drei Sterne und rotes gesperrt und man sieht es ich habe gestern Dylgen gelevelt, emblemiert und gebraked. Ich habe Norill gebraked und ich habe Poppy angefangen. Bevor wir anfangen, also 2-3 Sachen. Den letzten Goblin Ballon habe ich recycelt. Da waren zwar 120 Embleme drin, aber eine Klasse die ich nicht brauchte. Ich habe heute die Kisten hier fertig gekriegt und das gucken wir uns jetzt mal eben an was da drin ist. Da kann ich auf welche Seite ich gucken soll. Premium Belohnung ist bestimmt interessant. Heldenmünze verschwindet halt einfach. Du siehst es halt nicht mehr. Gratis Belohnung ist albern. Brauchen wir nicht. Premium Belohnung 30 Embleme und eine Heldenmünze. Naja. Nicht schön, auch nicht gut, aber egal. Besser als nichts. Hier gucken wir auch mal eben rein. Das ist auch nichts. So, 6 von 6 haben wir gemacht im PvP. Das war sehr, sehr schön. Hier kann ich ja auch mal eben ganz kurz zeigen. Random wieder die, die mich im Turm angegriffen haben. Ja, alle mit dem Pengi Team habe ich mal, habe ich alle zerschossen mit dem Pengi Team. Das war sehr, sehr schön. also ja, sobald ich blau habe, habe ich gewonnen eigentlich. sofern ich nicht vorher ganz viele Status Effekte kassiere und sonst was war, wo es ein bisschen nervig war, gebe ich zu. Das war hier gegen den Gradmacher. Den habe ich nicht weggekriegt. Der hat zweimal ausgelöst, bevor ich meine blauen hatte. Ähm, Rigat wäre beinahe gestorben, aber ich habe halt Freya angemacht. Die war zuerst irgendwie, ich weiß gar nicht warum, sie zuerst, äh, fertig war als, oder vor Rigat. Jedenfalls, ähm, ja, ne, hat sie dann Rigat beschützt. Ah ne, das war hier, hier so ein Minion, äh, so Minion von Krampus war das, genau. Minion von Krampus, der hat dann noch da ein bisschen, ein bisschen gesaved, bis er dann geheilt hat und ja, einmal Pengi gefeuert und dann war eh game over, ne. Und Krampus hält halt alles aus. war relativ gut. Ähm, und dann habe ich, ähm, gestern zu meiner Schande tatsächlich noch das, ähm, 32,99 Angebot auch noch gekauft, weil ich mir gedacht habe, komm, ähm, die Diamanten nimmst du immer noch mit für, ähm, für den kommenden Monat, so praktisch, ne. Und dann habe ich halt noch die Münzen auf den Kopf gehauen. So, und dann kannst du dir natürlich denken, ich habe ihn noch gekriegt, mit einer Einzelmünze. Ja, wenn man jetzt, äh, ich, äh, ich, äh, ich glaube, in der Historie lohnt es sich dann nicht mehr zurückzusehen, müsste ich jetzt zu lange suchen, was da wieder los war, aber, ähm, er ist dann mit einer Einzelmünze gekommen. Sehr, sehr geil. Und, ähm, kann mich nicht beschweren, tatsächlich, ja. Also, ich habe zwei der Vorgestellten gekriegt, mit Moreau und mit Kongalach. Der ist jetzt auch tatsächlich hier im Level-Team drin, ne. Das ist ja das Team 1, aber wir machen erst Poppy fertig und dann werde ich wahrscheinlich erst mal Wren machen. Ne, 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 ich mache erst Kongalach tatsächlich, vor Reign. Auch wenn ich Reign echt geil finde, aber Kongalach, ähm, da habe ich halt auch schon das Team für. Ja, und zwar können wir das auch mal eben ganz kurz zeigen. Das Team ist nämlich dann hier. Zehn 1 raus, Kongalach rein, bumm, gib ihm. Ja, und wenn Kongalach dann halt, wie gesagt, wenn der auslöst, der trifft immer fünf Ziele. Wenn nur noch einer steht, wird er fünfmal getroffen. Ähm, der Stapel mit dem Minus-9%-Angriff, ja, auch beim Titan sehr gut. Gut, also, ähm, extrem guter Kandidat. Deswegen wird er als nächstes dann gemacht, wenn Poppy fertig ist. Das ist nun mal so alles nochmal, was, was, äh, gestern und jetzt heute Morgen passiert ist. Und jetzt legen wir los. Okay, da ist das alles im Lot. Schön, ich wollte nämlich sagen, es wäre sehr schön, wenn ich mit Dölgen und mit Nogel und mit meinen neuen Gebräkten praktisch spielen kann. Und das kann ich hier tatsächlich auch. Ähm, da nehmen wir drei Grüne mit. Rot können wir nicht mitnehmen. Das heißt, wir können entweder Gelb oder Lila nehmen. Okay. Ähm, macht er das? Alle Helden, alle Gegner. Okay, also es ist egal, wo ich ihn hinstelle. Dann stelle ich ihn jetzt da hin. Brauche ich jemanden? Also ich muss noch einen Heiler mitnehmen, ne? Muss ich hier irgendwo Boni entfernen? Brauche ich nicht. Also kannst du theoretisch weg. Und ich könnte entweder Grams mitnehmen. Ich könnte Grevele mitnehmen. Jetzt bräuchte ich in Lila auch noch einen Supporter. Ich habe aber keinen. Aber wir nehmen Grams mit. Aber nee, ich brauche einen direkten Heiler. Nehmen wir Grevele mit. Aber dann würde ich das tatsächlich so machen, dass ich Grevele hier hin packe. Und Dölgen dahin. Ich muss irgendeinen mitnehmen, der mich noch ein bisschen. Vielleicht nehme ich doch Geld mit. Die Slayer pushen sich halt. Das ist ganz geil. Ah, Mann. Jetzt geht das wieder los. Oder ich spiele halt 3-1-1. Nehme ihn raus. Und nehme noch einen Heiler mit. Und hier habe ich noch einen Minion dabei. Zum Beispiel 3-1-1. Ist das ein bisschen zu passiv? I don't know. Ich Geld nehme, hätte ich quasi dabei. Aber dann halt nicht beides. Weißt du das? Ich nehme... Ich spiele so. Was soll's? Komm. Let's go. Ich habe mal 3-1-1. Ah, wir müssen was Neues wieder ausprobieren hier. So. Wir haben... Grün kriegen wir. Ach, schade. Ich wollte gerade sagen, dann spiele ich Lila. Dann schiebe ich den Roten rüber. Dann gehen die beiden hier hin. Und ich habe mit dem Grün dann hier einen Diamanten. Aber dann habe ich gesehen, dass da auch noch Geld mit reingeht. Äh, prinzipiell aber dennoch nicht schlecht. Weil, wenn ich die spiele, dann gehen die beiden hoch. Das geht in Grün. Die Blauen kommen hoch. Ich habe noch ein blaues Match. Ja, komm, machen wir das mal. Oh, sehr schön. Ich habe sogar einen Diamanten. Okay, das ist natürlich sehr nice. Dann killen wir Javur. Okay, sehr gut. So, er ist erste Aufladung. Warte mal. Alle Helden. Alle Gegner. Okay, alle Helden, alle Gegner. Was wollen wir denn? Sport sieht ja nicht schlecht aus. Ich habe auch gleich meinen Heiler. Also kann ich eigentlich erstmal noch warten. Weil wir in der zweiten Stufe sind. Oder ich mache jetzt... Soll ich den Diamanten machen? Dann würde ich Dölgön anmachen, damit wir vom Bane nicht so viel abkriegen. Aber wenn ich den Diamanten mache, löst auch Gato aus. Komm, weißt du was? Ich mache das. Dölgön macht mich stolz. Das war sehr gut. Das ist sowas geplant. Okay. Alles klar. Heilen. Machen wir Mewa an. Ah, Mewa... Ja, gut. Die, die geblendet ist, ist nicht schlimm. Ah, das war schlimm. Das war sogar ein bisschen unfair. Schlau. Schlau, Archon. Hätten wir mal den Griffle und seine Tickerbank gemacht vorher, dann wäre wahrscheinlich Bane weg gewesen. Kann es fest von ausgehen. Aber... Dann ist seine Zeit noch nicht gekommen. So, Tochin ist weg. Beide sind weg. Okay. Okay, das war eigentlich sehr schön. Tatsächlich. Hat mir gefallen. Oh, bei Ulf. Oh, er hat auch nochmal angefangen, alle zu breaken. So, hier brauche ich jemanden, der wohnen hier entfernt. Ja, das ist bei ihm sehr nervig. Ähm, da bietet sich auch tatsächlich weiterhin grün an, weil wir haben Meneses dafür. Dölgen würde ich auch behalten. Ähm... Aber Dölgen passt hier nicht rein. Ne, Dölgen muss hier raus. Müß hier raus, weil ich nehme Meneses mit. Weil das Ding ist ja auch mit geteilten Schaden und Boni-Entfernungen und sowas, das geht ja meistens vorne und hinten irgendwie nicht auf. Deswegen... Da lassen wir es mal so. Und wieder mit einem 311. Könnt ihr hier jetzt auch zwei gelbe nehmen. Mit Quasir. Dann hätten wir Heilung und Minions. Naja, ich bleib bei dem 311. Solange das 311 funktioniert, können wir dabei bleiben. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Schwierig. hier sich irgendwas zurecht zu machen. Ich glaube, ich würde tatsächlich in ihn rein spiele. Dann habe ich hier die... Guck mal, wenn ich den rüberziehe, danach so das Match mache oder den hochziehe, dann habe ich hier ein grünes Match. Vielleicht kommt ja noch irgendwas rauf. Okay. Schauen wir das erstmal so. Sättig hier grün und da grün. Natürlich auch erst die grünen spielen und gucken, ob hier vier zusammen gehen. Nichts zu verlieren. Okay. Okay. Ist nicht schlecht. Das müssen wir jetzt nur kurz überstehen. Dann können wir das... Oh je. Ja. Habe mir gedacht, dass sowas passiert. Okay. Gehen wir auf Ulmer. Heilen wir erst normal, weil er macht die Überheilung. So. Ghosten wir... Und dann nächstes Ziel ist jetzt erstmal Ulmer wegzukriegen. Ghosten wir weiter. Okay. Dann nehmen wir jetzt die lilanen. Okay. Auch gut. So. Will ich die ghosten? Ne, ich spiele die direkt rein. Schön. Okay. Sehr gut. Lila. 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 Rot können wir nicht nehmen. Lila bietet sich hier an bei den beiden gelben. Mhm. Defense down. Björn mit Damage. Bihil ist mit zu langsam. vielleicht noch jack ich habe halt keinen ich müsste unbedingt mal nachher hier sie sie müsste ich mal als lila heilerin ja gar nicht mal so doof da fehlt mir nämlich jetzt was das ist ein bisschen doof egal können wir nur zwei lila mitnehmen dann nehme drei grüne wieder mit so wie wir es gerade hatten so jetzt habe ich nicht geguckt ob hier was ist was ich entfernen muss können wir auch wieder dölgen mitnehmen auch wenn da selber ein menestis bei ist aber das gehen wir hoffentlich irgendwie hin ja oder wir ja doch kommt wir versuchen das versuchen das geteilter schaden und dann heilen wir uns ich hoffe das haut irgendwie hin gut lila spielen wir es kann blau nachkommen dass blau direkt mit hinterher fliegt es kann aber sein dass hier unten grün kommt dass wir ein grünes match haben okay das passiert nicht im hier ein grünes match bewegung kriege ich rein wenn ich das hier machen das sollte ich mir da nicht kaputt machen dann gucken wir erst mal was hier passiert okay ok 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 ich glaube das ist jetzt erstmal wichtig ok Okay, wir müssten quasi wegkriegen, trotz zweier Minions. Okay, auch schön. Okay, jetzt können wir heilen. So, das ist nämlich das, was ich gehofft habe. Dölgen gibt uns ein bisschen Zeit. Dann kann ich heilen. Jetzt kommt gleich Ulmer. Das heißt, ich mache Dölgen wieder an. Wir spielen die in ihn rein und haben dann hier die grünen. Oder auch so die grünen von mir aus. Ich mache es jetzt so, damit die alle treffen. Aber er ist weg. Okay. Und Noril. Oh, das war knapp. Komm Björn, überlebst du das? Müsste ja eigentlich. Aha. Sehr schön. Okay, Maeve war perfekt zum Finale wieder da. So, Strauchbär. Bertulf. Oh, da müssen wir Menestes mitnehmen. Definitiv. Passt auch hier mit. Okay, Dölgen muss raus. Sehr langsamer in der Ecke. Macht mir ein bisschen Angst, aber sehr langsam in der Ecke. Wenn der auslöst, dann war das Board echt mies. Ja, sagen wir mal so. Oder wir konnten nur da in die Ecke spielen. Zwei, die nicht emblemiert sind. Also, wir gehen hier als Favorit rein. Auch ein Held gebraked ohne Embleme. Das ist auch sehr ungewöhnlich tatsächlich. Okay, hier nehmen wir Menestes mit. Tadadadadam. So, dann müssen wir die hier natürlich wieder switchen. Die Angriffstruppe auf den Angriffshelden. Lila passt auch für Bertulf. Grün passt für Gunnar. Und wenn er natürlich auslöst, dann haben wir den geteilten Schaden auf uns. Aber seien wir mal ehrlich. Es kann halt in erster Linie nur durch Autortext passieren. Also. Mal gucken. Gut, das wäre so ein bisschen zum Tüfteln. Ja, gar nicht mal so schlecht finde. Wählen wir die, geht der Grüne hoch. Für dich die Gelben habe ich hier ein Lila-Match. Dann auch ein Grünes. Hm. Wenn ich die Grünen spiele, habe ich ein Lila-Match in Bertulf. Lass ich mach das mal. So, jetzt könnte ich diese Kombo hier spielen. Dann gehen die beiden Grünen hier hin. Und ich habe hier ein Grünes-Match. Dann kriege ich nur keine Lilanen mehr zusammen. Aber Grün ist ja eigentlich meine Hauptfarbe, ne? Ach, schön. Guck mal hier. Machen wir die so. Und dann könnten wir Bertulf theoretisch. Jawohl. Wegkriegen. Okay. Sehr gut. So, jetzt muss ich gucken, dass ich Grün kriege, weil der Strauchbär wird auslösen. Wenn ich das so mache. Aber das war jetzt nicht der Plan. Aber dann haue ich die Grünen ausnahmsweise in Tree Evil. Mit Menestis hauen wir dich da raus. Nehmen die Lilanen. Nehmen die Grünen. Okay, heilen uns. Gehen auf Tree Evil. Der ist jetzt doch fast voll. Das ist faszinierend. Hätte ich nicht mitgerechnet. So. Und jetzt haben wir es gewonnen. Okay. Oxygen, Mann. War nicht schlecht. Gut. Oh, Mann. Ja, da muss er der gute Freund hier bleiben, ne? Goni Entfernung. Goni Entfernung. Verspotten. Ich würde aber bei dem Team tatsächlich bleiben. Okay. Lila Diamant. Das ist sehr schön. So. Vier, sechs Steine. Ich weiß nicht, ob das reicht. Dann machen wir es einfach. Vielleicht für den guten Björn. Dann nehmen wir die noch. Dann haben wir nämlich Mewe. Und Björn. So. Dann können wir mal hier gucken, dass wir. Jawohl. Heilung vielleicht raus machen. Wenn ich die Roten dann gleich spiele. Oder ich kann auch die Roten spielen. Dann geht das direkt in ein grünes Match über. Dann geben wir Gunnar mal einen mit. Okay, machen wir das so. Das geht dann schön in ihn rein. Okay, perfekt. Dann haben wir hier nochmal grün. Das wird ihn nicht killen, oder? Doch. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Mit dem Schwächeren auf Quasi. Mit dem Stärkeren auf Greffle. So, Greffle ist weg. Jetzt, ähm. Weiß ich nicht. Ghosten wir hier ein bisschen. Okay. Gucken, dass wir was kriegen. Unsere Slayer machen da ihr Ding. So. Okay, sehr gut. Sabu. Okay, sehr schön. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Was ist denn bei der Defensive getan? Noch nicht. Okay. Herz. Ach, guck mal. 100 Punkte trotzdem hinter. Schlecht, die Truppen. Nicht schlecht. Ach, guck mal. Hier auch. Inviolabel. Noah Player. Ja, warum nicht, ja. Ja, warum nicht? Ja. Wenn man, wenn man, äh, Greffle nicht wegkriegt, die Überheilung. Ja. Kann man natürlich erstmal ein bisschen rein spielen, ne? Und seine Helden laden zur Not. Aber warum nicht? Lassen sich alle von Oli anleiten da. Warum hat er denn, äh, die Truppen, kriegt mehr Punkte wahrscheinlich. Oh. Ja. Ja, ja. Da sind noch ein paar. Oh, der Namenlose. Ähm. Das ist aber nicht die Cray, die wir kennen, ne? Okay. Ich glaube, das sind welche, die jetzt nicht mehr so aktiv sind. Glaube ich. Würde ich mal behaupten. Okay, gut. Dann, äh, gucken wir nochmal eben in die Kiste. Vielleicht gibt's ja hier endlich mal was Cooles. So ein Bonus-Item, was wir schon öfter mal sehen, aber selber nie kriegen. Ne. Ei, ei, ei. So, das haben wir auch alles. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war ein gelungener erster Tag. Wir haben jetzt Oli oben noch nicht gesehen. Ich denke, ich kann ja mal eben ganz kurz gucken, ob der schon hat. Aber es ist relativ früh. Keine Ahnung, ob er da schon hochgeladen hat. Ich glaube nicht. Ne, hat er noch nicht. Okay. Dann, ähm, können wir das erstmal nicht machen. Erstmal nicht angucken. Dann gucken wir morgen, wie es dann da bei ihm gelaufen ist. Hier habe ich auch nichts mehr. Arthes-Beschwörung. Okay. Alles klar. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch viel Glück. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020